Tja Leute, was geht ab? Immer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Roblox Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht's schon im Hintergrund, heute ist es unsere Aufgabe, einfach mal der krankeste Ninja überhaupt zu werden hier auf dem Server, Leute. Ihr seht schon Leute, heute wieder nicht allein, Luca aka Lame ist auch am Start, was geht? Moin moin, guck mal, was hast du da für einen Stab, Alter? Ja, weißt du, wenn du immer am Anfang von dem Video sagst, du musst immer der krasseste sein, hab ich gedacht, ich arbeite mal ein bisschen vor. Ähm, ja, wir werden sehen, wir werden sehen, wer hier am Ende der Boss ist. So, verkaufe deine Nenjutsu oder verbessere dein Gürtel im Shop. Okay Leute, also ich denk mal, äh, du wurdest grad weggekleppt, wollte ich nur mal anmerken. Hä, 300.000 Münzen? Yo! Hä, warte mal, warum bekommen wir gerade so viel? Leute, ich hab nichts gekauft. Hä, ein Ding kostet 15? Hab ich ein Hack oder so? Leute, ich schwöre, ich hab kein Geld oder sowas ausgegeben. Ey, ich kann mir alles, ich denke, ich kann mir alles kaufen, bam. Äh, äh, pass auf, das einzige, was du machen musst, wenn du dein Geld sammelst, hierbei fehlen. Bei den Fähigkeiten musst du dir auch Sprünge kaufen. Ich werd grad reich! Ach, Digga, also reich hat auf diesem Server keine Bedeutung. Ich werd grad reich! Wie viel hast du denn? Alter, ich hab jetzt schon 100 Millionen! Warte mal, Rang! Hä, locker, bam. Neuer Rang gekauft. Hä, wir können jetzt einfach mehr Ränge kaufen und dann noch krasser werden. Aber du musst halt auch, dass du deine ganzen Schwerter aufbessern kannst, musst du oben, guck mal in den Himmel. Ja? Oh, lol. Ja, genau, weil du kannst, also du musst verschiedene Inseln erreichen, um bestimmte Schwerter zu kriegen. Ah, okay, okay. Weißt du so, das heißt nicht, dass du halt die ganze Zeit nur hier unten ballern musst, sondern du musst halt wirklich hoch. Warte mal, Gürtel. Bam, kaufen wieder mehr. So, Arena beitreten, nein. Hä? Wir können ja dann übel krass schnell ultra viel Cash machen. Ja, let's go, jetzt kaufe ich mir wieder den nächsten. Ich kaufe einfach den nächsten Rang. Bam. Ich hab mir bisher noch keinen Rang gekauft, aber ich hab übel viele Schwerter schon. Eins kommt zwei Millionen. Moin, Meister. Ey, Leute, was geht hier ab? Ey, wir machen das jetzt die ganze Zeit weiter. Schwert. Batz. Bam. 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 Hä? Wie viel, äh, wie läuft's bei dir gerade? Also ich hab gerade 21,4 T. Ich mach pro Schlag von diesen Ninjutsu. Ich hab mehrere Millionen. Ja, also ich mach pro Schlag eine Million Ninjutsu. Okay, ich mach noch erst 2000, Junge. Wie weit bist du denn? Ja, das Ding ist, pass auf, du kriegst übel viel Geld und du kannst dir richtig schnell alle Schwerter kaufen. Das ist auch krass. Ja. Und auch mit Sicherheit stärker als in den anderen Simulatoren. Ja. Aber das Ding ist, du musst halt trotzdem hier die ganzen Welten hoch. Das dauert schon ein bisschen. Okay. Also es ist, es ist schöner als wahr zu sein, kannst du so schon sagen. Das Ding ist, Leute, auf korrekt. Ihr seht schon. Erstmal, ich mach jetzt paar Mal Prestige, weil ich glaub, das hast du nicht gemacht. Du hast die ganze Zeit nur Geld verdient und wir wollen besser sein als Lames. Also daher ganz entspannt, Leute. Klicka, ich bin einfach schon ein Samurai. Was bist du? Ja, ich bin Neuling, aber ich bin sehr weit oben. Ja, guck mal, wie schwach. Er ist einfach Neuling, Digga. Ich bin Neuling, ich hab 21 Trillion Geld. Digga, du hast gar nichts, du bist ein kleiner Lappen, Alter. So, Leute, wir kaufen wieder ein paar neue Schwerders. Zack, aufentspannt. Wie viele Sprünge hast du denn? Hä? Wie viele Sprünge? Digga, noch hab ich gar keinen Sprung. Ja, du brauchst die aber. Digga, du kannst hier nur so 10 Lichtschwerter freischalten. Ja, warte mal, warte mal. Komm, zeig dir jetzt mal was. So, Gürtel. Bam. Kaufen. Oho! Einmal verkaufen, mehrere Milliarden, Leute! Es geht los! Hey, das Ding ist, auf Realtag normalerweise, um so weit zu kommen, wie wir es jetzt gerade sind, muss man locker eine halbe Stunde oder so zocken. Ihr wisst doch, wir haben das Ganze ja damals schon mal gemacht. Und da waren wir Prestige 2. Also, wir haben zweimal quasi die nächste Stufe gekauft. Digga, ganz entspannte Hase hier gerade, ne? 28 Billionen. So, wir kaufen Assassinen. Oha, Junge! Weißt du, wie viel Assassinen kostet? Ne, wie viel? 850 Billionen. Entdecke die nächste Insel, um weitere Schwerter freizuschalten. Okay, das ist das, was du eben gemeint hast. Genau, genau, genau. Das musst du machen. Jetzt bin ich Grün-Schnabel. Ganz toll. Aber, noch entspannen wir, weil das nächste kaufen wir jetzt gerade. Ihr seht schon, Leute, es geht wieder krank nach oben und dann sind wir Assassinen. Und als Assassinen würde ich sagen, fangen wir dann mal richtig zu leveln. Kaufen uns mehr Sprünge und und und, dass wir auch weiter nach oben kommen. Weil ich denke mal, das ist auch sehr, sehr wichtig. Wie viele Ringe hast du dir jetzt gekauft? Äh, ich glaube, das ist jetzt der vierte oder fünfte. Okay. Hä, das musst du auch machen, sonst ist ja langweilig, wenn du Anfänger bist. Ich muss gerade die ganze Zeit warten. Ben hat dir eine Tauschanfrage? Hä, einer will tauschen. Ja? Das habe ich heute auch bekommen. Ich weiß aber nicht, was das bringt. Ich weiß auch nicht. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt mal hierher und kaufen uns jetzt mal. Wow, wir können sogar unsichtbar sein. Ja, das habe ich aber nicht ganz verstanden, warum. Vielleicht, dass du hier nur leveln kannst oder so. Gibt es irgendwie so einen Anfang, wo man irgendwie hoch springt? Ah, hier, ich sehe schon, ich sehe schon. Hier kann man hoch, Leute. Ja. Okay, wir müssen jetzt quasi mal weiter nach oben, damit wir mehr Sachen freischalten. Let's go, der Hase. Zack. Die Münzen sammeln wir ein und wir gehen weiter hoch. Boop. Ich schaff's nicht. Nein. Ey, man kann sich einfach alle, man kann sich alle Dinger kaufen. Okay, komm, wisst ihr was, Leute? Für das YouTube-Video, damit ihr das zu Hause nicht ausprobieren könnt oder müsst, kaufen wir jetzt einfach mal alle. Hä? Aber hier steht nächste Insel. Entdecke die nächste Insel. Aber ich habe doch die nächste Insel. Leute, wir haben die gerade gekauft. Ah, warte mal, Digga. Guck mal hier. Zack. Mystische Insel. Man kann ja einfach hochgehen, oder? Zur mystischen Insel. Äh, ja. Wir können einfach hoch. Ich habe doch alle gekauft. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ich kriege ein Haustier. Booteicher Falken. Ah, das geht besser, Leute. Komm. Eins machen wir noch. Selten. Okay, wir haben ein seltenes Haustier bekommen. Haustiere. Ausrüsten. Und auch ausrüsten. Schwert. Alle kaufen. 210.000 Chijitsu kriege ich pro Schlag. Wie viel? 210k. Oh mein Gott. Und jetzt? Warte. Und wer geht drauf? Boom. Einmal verkauft. 1,55 Billionen. Digga. Ja, okay. Du hast mich halt schon wieder tausendmal überrundet. Ich kriege halt nur 1,7k pro Schlag. Oha, Leute. Aber, okay. Neue Doppelsprünge kann man hier auch kaufen. Das machen wir jetzt einfach mal. So. Hauft ihr nochmal Prestige? Nein. Willkommen. Guck mal, wie Luca uns hier flachsen will, Leute. Das machen wir natürlich nicht. So, komm. Wisst ihr was, Leute? Wir machen nochmal ein Tier auf. Was bekommen wir jetzt hier? Oh, wir haben ein besonderes. Dunkelkarmatrache. Und wir bekommen... Ich kriege ja nicht der Karmatrache. Ja, nochmal normalen, aber Omega. Okay. Einmal E. Noch eins aufmachen. Ach, das sind die, die so teuer sind. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. So. Ich habe jetzt elf, zwölf, vierzehn Double Jumps kann ich machen. Gut. Okay. Ich kann acht machen. Boah, Leute. Wir sind übel der kranke Ninja jetzt schon. Okay. Ich würde mal sagen, wir checken nochmal. Die nächsten. Boah, zwei QA kostet das. Aber das holen wir uns gerade auch noch einmal. Hast du QA schon? Ja. Alter. Ich krieg 16 Millionen Ninjitsu pro Schlag gerade. Also hast du alle Schwerter jetzt schon gekauft? Kannst du ja eigentlich das doch... Ich habe noch lange nicht alle. fehlen immer noch gut welche. Aber ich kaufe mir jetzt gerade so ein riesiges, schwarzes. Bam. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal nach unten. Wir können 50 Trillionen Ninjitsu sammeln. Leute, was denkt ihr, was ist die krasseste Insel? Wahrscheinlich die, die da ganz oben sind, oder? Dunkle Elemente. Komm, das muss die höchste Insel sein, Leute. Wir probieren sie mal aus. Und... Wir sind ganz oben. Höher geht es nicht mehr, oder? Endgame. Alter. Ne, es geht doch noch höher. Bist du auch hier? Ne. Ich bin erst bei blau. Oh, ich bin bei der... Ich komme jetzt gleich zur dritten. Ah, wie krank das hier oben aussieht. Warte mal. Verkaufen? Hier oben kannst du verkaufen und alles mal 25. Was? Oh, einmal verkauft! 33 Kuh bekommen! Kuah! Alter! Hä? Du musst dir jetzt safe für locker alle, die ein Schwert kaufen können. Ja, jetzt werde ich auch alles kaufen. Okay, Leute. Wir tryen das jetzt mal ein bisschen weiter hier. Wir brauchen mehr Ninjitsu. Und ganz wichtig. Kann man hier Tiere kaufen, Leute? Fähigkeiten verbessern, Ninjitsu? Ne, leider nicht. Boah, hätte man hier Tiere ziehen können. Nächste kostet 80 QA, Leute. Wir bekommen 16... 16 Millionen Ninjitsu. Aber warum? Bekommen wir nicht mehr? Ist das irgendwie, dass es nicht mehr weiter hoch geht? Oder... Vielleicht ist das einfach Endgame, Digga. Du hast das Spiel durchgespielt. Ich kann mich unsichtbar machen. Alter, das ist so krass. Okay, ich würde sagen, wir rüsten nochmal das Schwert auf. Boots, Digga. Yo, wie viele Stufen haben wir über... Boah! Und jetzt bekomme ich pro Schlag... Was bekommst du? Ey, ich bin so ein Idiot. Leute, wir haben die ganze Zeit nur den Gürtel abgegradet. Hast du vergessen, die Schwerte abzugraden? Ich hab nicht Schwerte, ich hab die ganzen Gürtel... Ich wollte ja höhere Gürtel, aber... Ich hab dann irgendwie vergessen, wieder umzuswitchen. Weißt du, wie viel ich jetzt grad pro Schlag bekommen, mein Freund? Oh nein, sag es. Ja, auch ungefähr 10 Millionen. Ja. Aber nur ungefähr... Vielleicht mit einer Null dran und... Vielleicht auch mal 3. Was? 300 Millionen? Ja. Okay. 300 Millionen und jetzt verkaufe ich... Eiii! 592 Qua mit einem Verkauf! Ja, okay, Digga, da bin ich schon. Weißt du, ich fand mich ein bisschen cool, denn ich... Trotz nichts kaufen war ich nahe nicht dran. Alter, ich hab so krasse Schwerter, ne? Jetzt bekomme ich pro... Pro Schlag 720 Millionen, Luca. 720 Millionen. Ja, da brauchen wir ganz stur zu reden. Woah! 500 Qua bekomme ich einfach auf Easy. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ein paar Schwerter einkaufen, ne? Alle kaufen, die es gibt. Bam! Woah, Digga, 420 Qua kosten die nächsten. So, alle kaufen. Bam! Ein Duell beginnt. Leute, vom Dinger machen wir gleich auch mal ein Duell. Ich krieg 14,4 Billionen pro Schlag. Ist das krank oder ist das krank? Viel zu krank, Digga. Also ich glaub, gerade ist wirklich keiner höher als du. Du hast, glaub ich, jetzt jeden überrundet. Ey, Mann! Ich hasse so Spielen. Immer wenn ich diese Sachen mache, wo man levelt und immer weitergeht, Leute, werde ich auf Real Talk. Ich kann nicht aufhören, bevor ich einer der Besten auf diesem Server bin. Es ist absolut... Es ist eigentlich schlimm. Kaufen nochmal alle. Boots. Boah! Dual White Duck irgendwas. Oha! Nur 40 QI. Also, das ist viel Geld, aber für uns ist es nicht viel Geld. Ich würd sagen, die holen wir uns jetzt nochmal auf Easy. Alter, wenn ich jetzt inzwischen lande irgendwo, geht einfach der ganze Boden kaputt. Boom! 240 QI. Ich bin immer einmal kurz davor, diese schwarzen Dinger zu bekommen, Leute. Ich krieg 400 Millionen. Äh, 400 Millionen jetzt pro Schlag. Ninjutsu. 400... Ja, ich krieg 60, Digga. Ich komm nicht mal nah an dich ran. Komm mal runter. Zeig mal dein Schwert. Ja, chill ein bisschen. Ne, du... Du kaufst hier oben Boost. Ich weiß es. Ich kauf mir keinen Boost. Ey Leute, auf ReelTalk kauf ich mir Boost. Nein, ich kauf mir keinen Boost. Ich kauf mir nur coole Schwerte. Das war's. Da bist du ja. Guck mal. Moin, weißt du? Alter, was hast du doch für heftige Schwerte, Digga. Ach, guck mal mit deinen kleinen grünen Schwertis. Da brauchst du gar nicht ankommen. Okay, alle kaufen. Weiter geht's. 275 QI. Mir fehlt immer noch Cash für das nächste Schwert. Jetzt habe ich's. Und... Bam! Oha, die nächsten sehen auch sehr, sehr krass aus. Ich bekomme pro Schlag jetzt 600 Millionen. 600 Millionen? Million. Okay, wir checken mal kurz weiter, Leute. Mal 45. Mal 3. Oh, mal 5. Dann legen wir Diss ab. Und Diss drauf. Das bringt uns natürlich mehr. Jetzt bekomme ich schon 1 Terabyte. Also 1 Terabyte. Eine Trillionen. Okay, Leute. Let's go. Wir sind jetzt im Duell. Und kämpf jetzt einfach nur gegen die anderen. Hä? Sind nur wir? Ne. Ich seh jetzt 2 Spieler sehe ich auf jeden Fall. Der wird jetzt erstmal weggekleppt. Hab ihn geklappt. Ich wurde geklappt. Oder? Ja, ich bin down. Ich leb noch. Hast du mich? Hä? Wie? Keine Ahnung. Wo ist denn der andere? Hier lebt noch einer. Einer muss noch leben. Lul. Hä? Ich bin erster. Ich wurde erster. Hä? Du hast gesagt, du bist tot. Let's go. Ich wurde erster. Okay, komm. Beim nächsten Duell machen wir beide nochmal mit, okay? Ja. Ein Duell machen wir noch, Leute. Und, let's go. Komm, wir treten wieder bei. Ja. Wir wollen beitreten. Okay, wir sind drin. Bist du drin? Bist du drin? Ja. Ich seh zwei Spieler. Siehst du einen mit dem blauen? Ja, du. Der hier oben springt. Du bist da unten, ne? Wo ich jetzt hingucke. Ich bin hier unten. Ich bin One-Hit. Er hat mich geklatscht. Er hat mich geklatscht. Boah. Alter, wie krank sieht der Typ aus, Leute? Ich wollt grad sagen, der muss ja schon richtig weit sein, Digga, dass der gegen dich ankommt. Oha, Alter. Okay, krank. Blauer Kristall. Wir brauchen noch ein anderes Haustier, Alter. Lila-Kristall. Kannst du mal checken, wo man noch Tiere kaufen kann? Ja, ich komm ja gar nicht so hoch, Digga. Ich hab gar nicht so viele Inseln. Also, Tundra-Insel ist auf jeden Fall. Dann geh doch mal hier auf die Sandsturminsel. Geh doch mal eine nach der anderen ab. Du bist ja live in einer Sekunde wieder unten. Weil irgendwo wird das mit Sicherheit aufhören. Weil ich denke, irgendwann haben die halt, keine Ahnung, 1000 Prozent. Und was wollen die dann noch machen? Hä? Was hab ich hier bekommen? 121 UN. Ganz, ganz viele Jujitsu-Dinger. Ne Jujitsu-Teile. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. 4,71. Oh, Bruder. Ey! Hä? Ich kaufe alles. Aber du bist nicht auf der Anfangsgrün, Digga. Du bist doch auf... Was hast du denn jetzt gekauft? Leise! Oh mein Gott! Was war das? Oh mein Gott, wie tief geht es hier runter? Oh mein Gott, was haben wir gerade gemacht? Was war das gerade? Ey, was hast du denn gemacht? Weiß ich nicht. Ich habe mir eine Belohnung eingesammelt bei so einer Insel. Und auf einmal war ich stinkreich. Das war auf dieser grünen Insel. Diese Kine-Benedig-Legende-Insel da. Ja, ganz toll, Digga. Warte ich... Okay, wir gehen jetzt jede Insel noch einmal abchecken. Zu dieser Belohnung. Hey, was hab ich jetzt bekommen? Minus zwei Karma ist meine Belohnung. Was soll das denn, Digga? Oh, es gibt zwei... Oh, das war die böse Kiste. Hier oben ist noch eine gute Kiste, Leute. Oh, hier gibt es bloß einen Karma. Ja. Danke. Donnerkristall, warte mal. Acht Millionen. Hier kann man jetzt wieder Dinger kaufen. Ich öffne jetzt Tiere. Noch eins. Göttlicher Drache. Den ich jetzt habe mal 45. Mal 115. Okay, was kriegen wir? Zu drei Prozent besteht die Chance, dass wir da sowas komisches bekommen. Aufsteigender göttlicher Drache. Ich will diese Mini-Legende haben. Irgendwas... Irgendwas krasses hat der. Wir checken nochmal die Haustiere. Jetzt haben wir den mal 115 und 130. Aber ja, Leute, ich würde mal sagen, für die heutige Folge reicht das erstmal. Wir haben jetzt einfach über eine Stunde aufgenommen, weil ich einfach süchtig werde. Bei so Maps, wenn ich die ganze Zeit am klicken bin, ich will einfach der Krankeste werden. Aber... Ziel geschafft, Leute. Ich glaube, wir sind einer der heftigsten auf dem Server. Weil aktuell... Wir one-hitten einfach alles. Ich werde das Ganze auf jeden Fall noch weiter zocken. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Bock habt auf eine zweite Folge, wie ich hier einfach mal die ganze Lobby rasiere, dann haut mal ein Like raus, Leute. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.